Gut, meine lieben Leute, guten Abend. Wir sind wieder mit unserer Ekklesiastis, Quelle Trolle. Wir haben uns letzten Unterricht gelernt, die Idee, das habe ich genannt, sei nicht nostalgisch. Richtig? Wir haben gesagt, nostalgisch zu sein, es ist keine gute Idee. Es ist nicht wichtig, es ist falsch. Okay, jetzt wir gehen zum Kapitel 3. Also ich nehme wieder eure Computers zu mir und dann, wo ist? Die kann ich nehmen. Ah, ja, hier. So, okay. Gut, dann wir sind am Kapitel 3. Ja, der Kapitel 3 ist sehr, sehr bekannt. Und warum? Wissen Sie warum? Oder nicht? Ich habe gesagt, dass wir immer, immer verlesen, diese Kapitel 3 an Beerdigungen. Habe ich schon gesagt. Es ist nicht nur die jüdische Tradition, es ist sogar die auch christlich-protestantische Tradition, dass die viele auch vorlesen, diese Kapitel 3. Also, ich wollte heute an unserem Unterricht eine Legende zerrissen und nämlich, dass die Ecclesiastes Rolle ist ein melancholisch und depressive Buch. Das ist überhaupt nicht so. Also, wie sagt man, eine Mythos zerbrechen, ja? Es kann sein, eine gute Mythos, eine böse Mythos. Ja, aber ich denke, es ist ein bisschen unzurecht, ja? Dass die Leute denken, oh, diese Ecclesiastes, wir sterben alle. Das wissen wir auch. Also, das quasi zusammenfassen von diesem Buch, das ist komplett falsch. Aber durchlesen wir Kapitel 3. Alles hat seine Zeit, seine Zeit hat jedes Ding unter dem Himmel. Hier kann man zwei Punkte stellen. Also, jetzt ist Erweiterung. Es ist eine bestimmte Zeit für das Gebären und für das Sterben. Eine Zeit für das Pflanzen und für das Ausreißen der Gepflanzten. Eine Zeit für das Erschlagen und für das Heilen. Eine Zeit für das Einreißen und für das Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen. Eine Zeit und eine Zeit zum Tanzen. Also, passen Sie auf, es ist nicht immer widersprüchlich, ja? Klagen und Tanzen. Es ist nicht genau 180 Prozent widersprüchlich. Eine Zeit, um Steine wegzuwerfen und eine, um Steine aufzulesen. Eine Zeit zum Predigen und zum Umarmen und eine Zeit, sich von Umarmungen fernzuhalten. Eine Zeit zum Aufsuchen und eine Zeit zum Verloren geben. Eine Zeit zum Aufbewahren und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Helfen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit Krieg zu führen und eine Zeit zum Frieden. Sehr, sehr aktuell heute. Okay, stoppen wir jetzt. Stoppen wir jetzt. Also, das ist die erste, das ist die erste, was sagen Sie von diesen acht Versen? Es klingt sehr, sehr depressiv, unabhängig, oder? Nichts umsonst. Vorher sind wir das am Anfang von Berndekunden. Auch Juden, auch Evangelisten. Was sagen Sie nur von diesem Teil? Welcher hält von unseren vier? So kann sich äußern. Es ist der Weise, der da spricht. Der Weise, ja, der ist, wir haben gesagt, klug, Rationalist und kalt. Ja, eine kalte Rationalist. Ja, das ist eine richtige Vermutung. Aber wir sehen bald, es ist komplett falsch. Das ist ein anderer Held, der sagt. Und Sie sagen nämlich direkt, wer das ist. Jetzt gehen wir weiter. Welchen Vorzug hat nun der Geschäftige in dem, worin er sich müde? Gegen wem es ist gesagt? Das ist klar. Gegen die Vers 9. Gegen wem es geäußert? Das ist, das sagt der Bemühende. Gegen die Bemühende. Gegen den. Dann ist es der Genießende. Dann ist es der Genießende, der das zum Bemühenden sagt. Bald, okay. Bald. Vers 9 sagt einfach Dinge. Es ist kein Sinn zum Bemühenden zu arbeiten. Es ist gegen Bemühende. Die Vers 9. Jetzt gehen wir weiter. Zehn. Ich sah also, dass Gott den Menschen, Menschen, Kindern den Drang zum Abt abzumühen gegeben, um sie damit zu quälen. Alles hat er, der Gott. Es soll von großer er sein. Alles hat er gut gemacht für seine Zeit. Der Gott. Ich immer, vielmal, ich verwechsel die Wort er mit Gott. Weil die Leute verlieren, wer ist er. Alles hat er gut gemacht für seine Zeit. Was ist seine Zeit? Der Paradies. Der erste Adam. Gleichwohl hat er die Ewigkeit in den Sinn gelegt. Genau die Idee, dass die Sterbe kommt als eine Strafe zum Essen, die verbotene Frucht. Also die Ewigkeit in den Sinn gelegt, kein Tod war, ohne dass der Mensch, dass der Werk, der Gott gemacht hat, Anfang nach Ende findet. Ich habe erkannt, dass es dabei nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu erlangen während seines Lebens. Das ist die Antwort. Wer spricht das? Das ist dann der Genießende. Richtig. Sie haben recht gesagt. Also die Kapitel 3, diese gewisse Grenze, wir schauen wo, sagt Genießende, Genießer und nicht Weiser. Wir müssen verstehen, was ist die Ideologie, was ist die Ideologie und die Glauben von dieser Genießer. Muss man verstehen. Und wenn wir verstehen das, dann wir komplett rausschicken, dass diese Mythos und Legende und Märchen, dass Ecclesiastes ein depressives, melancholisches Buch ist. Verstehen Sie? Okay. Aber auch das der Mensch, der Mensch ist kein Kommentar, klar. Esse und trinke und Gutes genieße von seiner Mühe, dass alles eine Gabe Gottes sei. Opa. Also, nach seinem Glauben, es ist nicht nur, dass man darf man genießen von Essen und trinken. Es ist nicht nur, dass es ein empfehlender Weg sich halten in das Leben. Es ist sogar ein Gottesgeschenk. Verstehen Sie? In anderen Wörtern, Gott ist der Geschenk, heißt auf jüdischer Sprache Mitzvah, eine Pflicht. Also, der Talmud sagt, dass alles, was man in unserer Welt, der Mensch hat koschere Essen und Trinken, nicht genommen, er wird bestraft. Nicht wenige. Also, das meint nicht, Talmud meint nicht, das muss man nur essen und trinken. Aber wenn hat man eine Gelegenheit, etwa koschere Essen und Trinken und hat verpassen, dass quasi der Mensch eine Gottesgeschenk abläuft. Das ist die Idee. Also, essen und trinken und genießen, passen Sie auf, nicht zu essen und trinken alles. Essen und trinken und Gutes genießen. Aber genießen auch von seiner Mühe. Das ist schon bemühen, der Arbeit. Oder? Das habe ich schon gesagt. Das gibt es viele Stellen, viele Verse in der Rolle, wo die Systeme und Ideologen kreuzen sich, treffen sich. Und dann kann man sagen, es ist beide. Also, es ist auch dieser Vers, eine Genese, mit einer Bemührende. Ja? Okay. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott macht, ewig bleiben wird. Hinzu ist nichts zu tun und davon ist nichts zu nehmen. Gott aber hat es so gemacht, dass man sich fürchte von ihm, okay, der Kommentar, in dem man im Malen an seinen Walten glaubt. Genau. Es steht nicht im Original, es ist ein Kommentar. Okay. Hier nicht kommen auf hebräisches Punkt. Ende des Satzes. Was war, das war längst gewesen. Sehr, sehr bekannte Idee. Und was noch sein soll, war längst gewesen. So sollte Gott die ewige Ordnung. Ja? Okay. Weil jetzt, jetzt, ich denke, muss man jetzt stoppen, weil das ist Ende, die erste Rede vom Genießer. Jetzt, es geht um Unrecht und Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Das ist vielmal, das denken wir über die Gerechtigkeit und Gericht, redet Gottfürchtende. Es ist wichtig, aber nicht immer. Wir identifizieren später, nächster Unterricht, nämlich, dass vielmal der, der spricht über die Ungerechtigkeit gesellschaftlich, das ist Bemühende. Das heißt, diese Arbeit der Bemühende ist nicht nur ein Proletar, der will ein Millionär geworden. Er versteht, dass Bemühende ist auch nicht um sein eigenes Geldkonto. Es ist auch um die gesellschaftlichen Ziele. Okay. Also Bemühende ist nicht für sich selbst. Es ist auch auf der ersten Linie, aber nicht auch auf der letzten Linie. Also Bemühende, er bemüht auch auf seiner Arbeit, auch als Volontär oder ich weiß nicht was, Parlamentmitglied da und dort, ja, auch eine Mühe für das ganze Land, die ganze Staat, die ganze Gesellschaft. Okay, also wir stoppen jetzt, ja, mit Vers 5 und ich sage euch, das ist die Rede vom Genieße. Wir haben gesagt, das Genießende, es ist eine, er ist ein Optimist, oder? Mhm. Natürlich, wenn jemand trinkt Wein, isst gut, er genießt, er lebt, ja. Wir haben viele, viele Verse, die reden, über die muss man nicht lachen, ja, das Lachen ist ein Blotzen, ja. Es ist übrige Freude und so weiter, ja. Also genieße natürlich, er sieht das Glas voll erfüllt, sozusagen. Er schaut sich, was haben wir gedacht, zum Welt durch die Rosebrille. Die Brille mit Rosefarbe, ja, logisch, oder? Also quasi genieße, er verbessert, quasi, nicht die Welt, sondern eigene Wahrnehmung von unserer Welt. Verstehen Sie? Ja. Das heißt, das heißt, eine Rosebrille, sozusagen. Und wir haben gesagt, ein Pessimist immer sieht das Glas halb leer, ja. Kennen Sie diese Metaphore? Ja. So, das ist das gleiche Glas, das gleiche Wasser, ja, es ist 50 Prozent Wasser, 50 Prozent gar nichts. Die Frage ist, über was konzentrieren wir uns, ja. Über halb leer Teil, etwa negativ, pessimistisch und etwa positiv. Doch, das Glas ist halb voll, ja. Ja, also natürlich sagen wir, dass die genieße, er ist ein Optimist, immer sucht etwas gut, auch ins Böse nachrichten, ja. Also, er ist eine Person, die, sagen wir, auf Englisch steckt diese. Also, okay, es wird etwas passiert, na gut, wir weitermachen, ja, wir weitermachen, ja, wir weitermachen, wir konzentrieren uns nicht auf Böse. Morgen wird besser, wir gehen schlafen, morgen wird gut, ja. Und wie genau, wir haben gesehen, dass einige Wörser, sie unterstützen diese Theorie, unsere Theorie über die Genieße, ja. Aber auch, der Essen und Trinken, das ist der originale hebräische Wörse, ohne Mensch. Der Essen und Trinken, Gutes genieße von seiner Mühe, das alles eine Gottes sei, eine Gabe Gottes sei. Okay, das ist natürlich eine positive und super positive Wörse. Wenn so, wie können wir verstehen, okay, auch können wir verstehen, die Wörse 9, welcher Vorzug hat nun die Geschäfte gegen dem, worin er sich müht. Ich habe gesagt, Genießende kommt nicht zur Arbeit, er kommt zum Restaurant, essen und trinken und lachen. Das können wir verstehen. Aber was zu dieser Idee, alles, was haben wir, war schon gemacht, alles ist schon bekannt, ja. Alles, was denken wir, gilt als neu, ist schon kein neu. Es ist sehr, sehr pessimistisch, oder? Wie können wir erklären, diesen pessimistischen Blick? Und wie können wir diese ersten acht Versen, alles hat seine Zeit, verstehen? Die Leute normalerweise stereotypisch, grob stereotypisch verstehen, dass diese acht Versen, das eine Fatalismus. Kennen Sie den Begriff Fatalismus? Ja. Fatal ist ein Schicksal auf Lateinisch. Ja. Also, Fatalismus glaubt, das ist alles vorgeschrieben von oben oder von unten, es hängt, welcher Gott glaubt, ja. Welche Kräfte und so weit. Alles vorgeschrieben ist von Gott, von Geschichte, von Evolution, von Biologie, Genetik, wie Sie wollen. Ja. Also, und deswegen auch von dieser Verse, das, wie Vers 15, was war, war längst gewesen, was noch sein soll, war längst gewesen. So sollte Gott die ewige Ordnung. Also gibt es eine ewige Ordnung, Gott hat es vorgeschrieben, keine Möglichkeit, eine kleine Finger rechts und links bewegen. Alles vorgeschrieben ist. Ja. Und natürlich diese acht Verse, sie auch verstärken die Idee, dass es ein Fatalist ist. Und doch, es ist falsch. Ich sage, das ist Genießende. Eine gute, optimistische Person mit einem Tachen auf dem Lippen, ja. Nun, jetzt probieren Sie, diesen logischen Widerspruch erlosen. Wie kann man das konstruieren, logisch? Also, jetzt, und ich nehme das Vers 2. Es gibt eine Zeit für das Gebären und eins fürs Sterben. Man kann nur sterben, wenn man geboren wurde. Dazwischendrin liegt die Zeit des Genießens. Eine Zeit für das Pflanzen und für das Ausreißen des Gepflanzten. Also, wenn ich Essen haben will, muss ich pflanzen, dann kann ich ernten und dann muss ich das Gepflanzte ausreißen. Oder ich muss auch järten, um den Pflanzen, die ich haben will, Luft zu verschaffen. Also, ich muss immer erst etwas, also, eine Zeit für das Erschlagen und für das Heilen. Genau, ich kann nur heilen, wenn ich vorher geschlagen habe. Also, es ist, wenn ich eingerissen habe, dann kann ich hinterher auch wieder aufbauen. Vielleicht muss es eingerissen werden. Also, es sind immer ja zwei Punkte und ich kann es natürlich als fatalistisch sehen. Aber ich kann es auch sehen, dass immer das Negative auch eine Chance ist. Und dass das Negative eigentlich, zum Beispiel bei Gebären und Sterben, erst einmal das Gebären braucht. Also, Sie lernen von diesen zwei widersprüchlichen Möglichkeiten. Das gibt es etwa dazwischen, ja. Und das ist schon gut. Also, Sie sind eine positive Genießer, ja. Das schauen mit Rosebrille, mit Roseglas sozusagen. Und Sie haben, ja, gibt es das Sterbe in der Welt, aber doch, vor dem Sterben gibt es viele, viele gute Dinge. Es ist wichtig, dass auch König David im Psalmen formuliert. Diese Idee heißt, Wäre ich nicht gefallen, würde ich nicht rauskommen, aufstehen. Das ist die Idee, ja. Also, kann man konzentrieren sich auf dem Fallen. Ich habe niedrig gefallen. Die König David konzentriert sich aber auf aufstehen, ja. Und zum Aufstehen muss man manchmal niedrig fallen. Also, das ist eine, natürlich, eine richtige Idee, eine sehr, sehr tiefe Idee. Aber wir gehen einfach zu einer einfachen Linie. Passen Sie auf, dass mit diesem quasi Fatalist, der nimmt Welt, dass alles vorgeschrieben ist, grob zu sagen, hat viele, viele Möglichkeiten in diesem Leben. So und sollten. Steine wegwerfen, Krüge führen, reden, umarmen, tanzen, klagen. Also, alle Werbe, was wir treffen, verstehen Sie? Es ist viel, viel zu tun in dieser Welt. Auch die nicht guten Dinge. In anderen Wörtern, es ist nicht alles vorgeschrieben. Eine Zeit gegen eine Zeit, gibt es immer zwei Möglichkeiten, zum Guten, zum Bösen. Es ist schon 100 Prozent, sagt kein Fatalismus, oder? Mhm. Verstehen Sie? Also, dieser Mensch, der hat diese acht Verse formuliert, er ist kein Fatalist. Er sagt umgekehrt, es gibt eine freie Welt in dieser, freie Auswahl in dieser Welt. Wir sind freie Leute, ja? Natürlich gibt es einige Dinge, die sind nicht in unseren Händen, das reden wir weiter. Das ist Vers 2. Gebärden und sterben. Okay. Es ist eine Ausnahme, es sind die Klammern. Aber Pflanzen und ausreißen, die Pflanzen, ist unsere Hände, oder? Natürlich, ja. Ist das vollgeschrieben? Nein. Wir machen, was wir wollen. Zeit erschlagen und heilen. Zeit für einreißen und aufbauen. Es ist unsere Auswahl. Zeit zum Lachen. Warum nicht? Muss man positiv sein, oder? Wieder nach Genieße. Er ist ein positiver Mensch. Ja? Und gibt es die Leute, die sind melancholisch-pessimistisch. Sie mögen weinen, klar. Aber es ist eine Auswahl. Es ist nicht vollgeschrieben. Zeit zum Klagen, Zeit zum Tanzen. Unsere Auswahl, oder? Verstehen Sie? Steine werfen zu werfen und aufzulesen. Zeit zum Predigen. Zeit zum Umarmen und Zeit zum Umarmen fernzuhalten. Und so weiter und so fort. Im Kurz, es ist keine fatalistische Welt. Im Deklamen, wenn es ist nicht fatalistische Welt, und wir haben die Möglichkeit, fast alles, was Sie meinen zu tun, auch nicht gute Dinge zum Deklamen bringen. Krieg führen. Ja, wo ist der Krieg? Welche Vers es ist? Vers 8. Ja, genau. Genau. Eine Zeit zum Lieben und Zeit zum Heißen. Es ist Emotionen. Es ist Emotionen. Zeit, Krieg zu führen, und eine Zeit zum Frieden. Das ist der klassische Vers, dass wirklich die Dinge liegen in unseren Händen. Verstehen Sie jetzt, dass diese 8 Vers überhaupt kein Fatalismus ist? Keine melancholische Idee. Natürlich, es kann sein melancholisch. Natürlich, wenn wir führen werden, und ich mache das, ich hatte letztlich in meiner Gemeinde zu viel, ja, so zu sagen. Ja, also letzte Woche oder letzte Woche. Aber dann ja, wenn wir sind alle traurig, wenn wir nachholisch sind, dann ja, dass diese Texte empfinden wir gut. Ja? Aber wieder, es ist die Frage von der Brille, unsere Blick und Konnotation. Ja? Wenn wir meinen, es war gut über diesen Text. Das ist ein normaler Text. Verstehen Sie? Mhm. Jetzt, grob, zum Entdecken, die Glaube von Geniezen. Ich habe schon gesagt, dass unsere Geniezen, unsere Zeiten, 21, 200 Jahre. Das ist ein Shopping, ja? Eine Genieße, die geht zum Einkaufszentrum, Sushi, Restaurants, guten Wein, tanzen und trinken, Männer, Frauen und fliegen, Ski am Winter, Meer am Sommer und so weiter, ja? Wir haben viel, viel gehört, ich mache keine Kinder, weil es stört zum Geniezen. Ich habe gesagt, ich habe, Meer von ein, zwei Kinder und ich genieße damit. Ich fliege mit meinen allen Kindern zum Meer und zum Ski. Ich mache das, wirklich. Sie glauben mich, ich habe diese, mit Gottes Hilfe, diesen Sommer auch einen Urlaub. die Kinder. Also, es stört nicht, mindestens, ja? Also, das ist unsere Genieße, ja? Das wir kennen, ja? Und das ist keine Genieße vom König Salomo und der Ecclesiastes Rolle. Warum? Der Grund ist folgendes, die Genieße von König Salomo, es ist eine gottgläubige Genieße. Er nimmt in seiner Welt und seinen Werten, seine Rechnung, einen Gott. Alles hat seine Zeit, seine Zeit, hat jedes Ding unter dem Himmel, unter dem Himmel, Himmel, ist ein gottes Begriff, ja? Also, und er beendet diese acht Verse, ja? Dass alles, was, äh, äh, Vers 10, ich sah also, dass Gott den Menschen, Kinder, die Dienung, sich abzumühen gegeben und sich damit zu quälen, naja? Also, dass unsere Genieße, es ist gottgläubige Genieße. Es ist nicht Genieße zum Essen und Trinken. Es ist auch, die solche Genieße, die glaubt im Restaurant, Suche und Wein, nur, explizit, und nicht mehr, hat andere Namen in jüdischen Quellen. Er hat im Perkei, Wot, Sprüche des Vaters, einen Namen als Heretikus, Epikoris auf Hebräisch. Seine Glauben ist folgendes, isst und trinkt, weil morgen sterben wird. Okay? Also, er weiß das Ende, logischerweise, deswegen muss man alles probieren, alles, inklusive alles. Spirituose, Drogen, alle böse Dinge, muss man alles probieren. Kennt ihr solche Ideen? Wir kennen solche Leute, natürlich. Das ist unsere Zeit, sozusagen, radikale Genieße. Die Gesellschaft und kriminelle Gesetze unterstützt das nicht, sozusagen, ja, kriminelle Grenze. Aber die jüdische Genieße oder klassische Genieße, das ist jemand komplett anderer. Diese Genieße er versteht seine eigenen Grenzen. Und er akzeptiert das Idee, das gibt es etwa oben uns, wie hat er gesagt, unter dem Himmel. Okay? Also, diese Genieße ist sehr, sehr bewusst über seine Grenzen. Und deswegen sagte er, muss man essen, trinken und genießen. Nicht, weil wir sterben morgen. Das ist nicht der Grunde. Der Grunde ist, dass erstens, Gott hat es so geschafft, essen und trinken, das ist ein gottes Geschenk. Muss man das nutzen und nicht ablernen. Ich habe schon diese Idee gesagt in Talmud damals. Zweitens, zweitens, muss man sowieso essen und trinken. wenn, muss man sowieso essen und trinken, dann kann man mit Lachen und rosen Brille das durchführen, oder? Sowieso essen und trinken. Dann mindestens du kannst auch genießen. Es verbessert deine Laune. aber prinzipielle Idee beim Genieße ist folgendes. Er widerspricht die Arbeitende, Bemühende. Das ist Vers 9. Welchen Vorzug hat nun die Geschäfte in dem, worin er sich müde? Also, rhetorische Frage. Er meint keinen Vorzug, oder? Was meint er? Genieße, unsere Genieße, unsere Gläubige Genieße, unsere klassische Genieße, dass du kannst arbeiten bis morgen mit ganz Kraft. Wenn es Zeit zum Krieg, es hilft nicht. Okay? Also, unsere Gläubige Genieße erkennt seine Grenzen. Ich kenne jemand, eine reiche Businessman, die hat gegründet eine Imperium, ein Netz von über 300 Restaurants. Okay? Er war reicher Mensch. Und warum war er? Er hat in Ukraine gelebt und mit dem Krieg ganze seine Werbung von seinem Leben zu stören. Okay? Und das ist genau, was Genieße meint. Du kannst arbeiten und schwer und dann kommt Zeit der Krieg, alles kaputt ist. Es ist sehr, sehr tut wehr. Sein meiner Freund, ja? Heute Flüchtling. Also, auch die reichen Leute können Flüchtling sein und weinen auf der Nacht. Jeder, der gezwungen nicht sein er ist Flüchtling. Egal, welches gute Auto hast du, ich sehe gute Autos von ukrainischen Flüchtlingen, ich habe kein Nein, weil sie sind Flüchtlinge, mit guten Autos, und sie sind Flüchtlinge, und ich kenne viele solche. Okay? Also, die Arbeitende und Bemühende seine Idee, dass ich arbeite, ich bemühe, und ich kann verändern diese Welt. Das ist meine Ziele. die Genieße sagt, es ist alles wichtig, bis Ende des Verbs, ich fahre an dieser Welt. Es ist Gott. Gott genau entscheidet, welche Zeit zum was passt. Viele Dinge, wie uns, nehmen Bescheid darüber, Zeit umpflanzen und ausreisen die Pflanzen, ja, vielen Dingen haben wir Wort, ja, oder Bescheid, ja, Zeit zum Lachen und zum Weinen, genau dass diese Frage über das Glas halb voll oder halb leer, ja, aber gibt es die Dinge, die haben keine Herrschaft, natürlich das Zeit für Gebärmung, Zeit zu sterben und das ist der Anfang, passt sehr auf, Vers 2, und am Ende Zeit zum Krieg führen und Zeit zum Frieden also Anfang und Ende liegt nicht in unseren Händen Händen unsere Genieße sagt eine sehr interessante komplizierte Idee die Welt gehört zum Gott groß zu sagen wir haben viel freie Auswahl dazwischen das ist alle Verse in der Mitte das ist wichtig aber die großen Dinge haben wir keine Auswahl das ist der gottes Bescheid deswegen muss man genießen und hatten keine Prätenzien oder die Idee dass ich kann alles verändern ich kann verändern aber nicht alles verstehen sie die Ideologie diese Genießende er ist ein kluge Mensch er ist kein dumm es ist nicht dass er ist ein Alkoholist oder muss man jeden Abend zum neuen Restaurant gehen überhaupt nicht das ist nicht die Idee er ist sehr sehr klug und sehr sehr süchtig sozusagen er sieht eine Welt als eine transparente Welt er hat Beleidenheit um zu sagen ich bin nicht der Herr der Welt gibt es eine Herr der Welt das bin ich das ist der Gott und noch mehr diese Gottes Ordnung es ist eine Gottes Ordnung er ist gut die Ordnung ist in Ordnung deswegen muss man genießen verstehen sie und die Welt ist ähnlich wie klassische ideistische Idee dann Gott gehört zum Gott zum Gott ist die Schaffung der Welt und dann es ist nicht umsonst die Talmud sagt die Gott hat die Welt geschafft dass wir sind die Menschen sollen von dieser Welt genießen ich sage euch es ist eine kabbalistische Idee von Zohar kabbalistische Idee die tiefste Niveau der Tora die geheimniste und tiefste Niveau sagt genau die genießende Idee muss man genießen von dieser Welt ok also dass unsere genießende das ist nicht was sie haben gedacht nicht was haben gedacht jemand der nur seinen Bauch und seine Auge und seine Hör bringt zum Genießen also seine Auge ist etwa neue Sehen einen Film schauen einen Ausflug fliegen die Ohren ist neue Musik neue Kunst entdecken ja und so weit es ist auch aber genießende mag das von ideologischen Gründen die Welt ist gottisch die Welt alles was geschuft es ist nicht umsonst geschuft nicht alles muss man probieren im Sinn spiritösen Drogen aber muss man verstehen genau das ist die gotteste Welt wir haben viel viel zum Wort zu kommen in dieser Welt und die kritischen Themen wo haben wir kein Wort also seine Auswahl um genießen es ist nicht eine Auswahl ich habe keine andere Idee ich bin so hilflos ich bin so klein ich bin eine Marionette dann okay essen und trinken was ist geblieben bei uns kennen sie solche diese Idee Rav Kuk Rabiner Kuk der Vater die große Rabiner Kuk beschreibt am Anfang 20. Jahrhundert als die neue wissenschaftliche Explosion die Einstein mit seiner Theorie und viele Entdeckungen und dann die Astronomie Physik und so weiter und dann die Leute haben gesagt alles was uns die Kirche hat gelernt das ist falsch damals Ende 19. Jahrhundert Anfang 20. Jahrhundert Millionen wurden rausgelaufen von Kirche auch teilweise von Synagoge und die Leute haben gesagt wir sind so klein unsere Welt ist ein Univers ein All die Planeten die Sterne diese riesigen Dinosaurier die haben wir entdecken die Mensch ist so klein auch physisch auch in der Zeit was es unser Leben ist relativ zu Millionen Milliarden Jahre alt und dann wir sind nichts wir sind gar nichts wir sind nur das war auch die Zeit zum vielen Suiziden damals erstes mal als ein kollektives Phänomen und dann die Rabbiner Kuck hat das identifiziert und sagt das überhaupt nicht so wir sind große Menschen in dieser Welt wir haben riesige Rolle in dieser Welt wir müssen als Rabbiner für die Leute erklären dass trotz der physischen Realität wir sind im Zentrum des Universes die Talmud bringt eine berühmte Midrash und fragt warum hatte Gott der erste Adam hat allein geschuft Talmud meint warum es wurde nicht zwei Firmen 100 ein Million zusammen warum nur eine gibt es viele Antworten zu dieser Frage viele Midrash aber bezüglich unserer Probleme dass wir sind null wir sind zu klein Talmud beantwortet wissen Sie warum dass jeder Mensch muss sagen für mich die Welt ist geschuft schon für mich diese Welt ist geschuft nicht im egoistischen Sinn die ganze Welt muss mich bedienen ich bin in der Mitte dieser Welt nein nicht in diesem Sinn gibt es wirklich die Leute die glauben die ganze Welt sind Sklaven vielleicht nicht juristisch aber tatsächlich die ganze Welt soll bedienen diese Leute das ist falsch das ist Egoismus aber Midrash meint dass die Welt geschuft zu uns wir sind die Könige dieser Welt wir haben viele viele Kräfte und viele viele Verantwortung über diese Welt also kein Platz für Pessimismus wir sind die Könige dieser Welt die Menschen und jeder jeder Menschen Kind soll muss nach dieser Talmud Passage sagen für mich die Welt geschuft ist also das ist wieder ein optimistischer Blick auch mit eine Kenntnis zu viel Verantwortung über diese Welt aber für mich die Welt geschuft ist auch trägt einen Aspekt wenn für mich das darf man genießen oder für mich die Welt geschuft ist dann ich nehme die Trauben ich nehme die Bananen ich nehme die Kartoffeln ja und ich mache weiß nicht was von diesen Essen ich koche ich nehme Spargel und koche okay sag nicht ja das was McDonald's liebt ja aber okay wir reden über die gesundheitliche Essen also verstehen sie jetzt vielleicht besser diese Genießer okay also die Genießer kann sein er ist nicht getrunken von seiner Kraft ja für mich die Welt gestuft ist ja er weiß seine Grenzen wie gesagt das ist Anfang und Ende die Rede aber er weiß das gibt unterschiedliche Zeiten und er akzeptiert diese Zeiten also die Genießer akzeptiert unseres Lebens großartig ja er akzeptiert Zeit zu gewähren zu sterben Zeit Kriege für Krieg und Frieden ja er akzeptiert das gibt die Ideen oder Aspekte dass die Gott weiß besser von uns er akzeptiert das er ist in der Mitte der Welt aber doch er weiß nicht alles er hat keine Idee dass er es weiß und er ist nicht dumm er ist nicht dumm diese Genießer ja also kann man sagen dass diese Genießer trotz dem Essen und Trinken und Wein er ist auch Rationalist und er ist nicht alcoholisch und nicht depressiv er nimmt das mit Freude diese acht Verse trotzdem dass wir vorlesen das Anbeerdigungen und deswegen unsere Kondition zum Etwa Böse als wir verlieren jemanden dann wir trosten uns mit dieser Verse genießen wir haben gesagt er nimmt das mit Freude er nimmt das gut so ist gut der Glas ist halb voll der Gott hat das Glas das Wasser und halb voll geschuft und als ich verstehe das das gibt mich besser Wahnsinn also das wollte ich sagen dass wenn wir nehmen so diese Verse mit guter Laune dann wir schon annullieren diese Idee dass die Buch melancholisch depressiv und bla 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 nein kann man das fröhlich nehmen gibt es die Grenzen zum Jede Dinge gibt es die gewisse Ordnung in der Welt auch wenn wir verstehen das nicht präzise und wir haben keine gute Antwort manchmal warum menschliche Geschichte geht so oder anderes glauben sie mir die Juden hat viel viel Fragen zum Gott warum über eigene Geschichte und eigene Leid und doch wir leben weiter und wir lächeln und das ist jüdischer Humor sehr sehr bekannt als Humor ist eine Name ein Leben jüdischer Humor die Leute manchmal eingeschrieben zum jüdischen Humor viele viele denken die sind keine jüdische aber doch das ist ein Humor andere Witz italienische Witz alles adressiert als jüdischer Humor aber ich sage euch die Juden trotz dem alle Schwierigkeiten und unsere moderne Geschichte wird doch weitergehen weiterleben und und Syrius kann man nicht leben kann man nicht überleben verstehen sie wenn die Juden würden nur Syrius ja es du hast keine Chance deswegen trotzdem dieses Krieg jetzt schon über fast 300 Tage wir leben weiter und wir machen Witze auch für unsere heutzutage Situation über den Krieg mit Gaza und was passiert morgen mit nächsten Krieg über nächsten Krieg also wir verstehen das ist nicht alles in unseren Händen und doch durch den Krieg wir probieren uns ein bisschen oder viel genießen von dieser Welt es widerspricht nicht also muss man trotzdem alle Schwierigkeiten und auch schwierige Zeiten wie heute doch genießen diese Welt das ist meine Botschaft Wahnsinn also ich habe das noch nie so gesehen ich mag eigentlich das Buch Kohelet wahnsinnig gern aber dieser Aspekt das ist der absolute Hammer also es macht mich einfach sprachlos also es ist total sprachlos man kennt den Text ich meine es dürfte eins der wie gesagt das ist der pikanteste Teil aus dem Prediger und jeder sagt es gibt da eine Zeit aber dass es eigentlich so ein Rahmen ist und innerhalb dieser Zeit haben wir die freie Wahl und es gibt keinen Grund Trübsal zu blasen das ist eigentlich die coolste Botschaft die man auf einer Beerdigung geben kann dass es eigentlich das Gegenteil dessen ist was man im ersten Moment eigentlich denkt genau genau so ja dieses Buch muss man nicht grob und stereotypisch anzunehmen dass es viele viele drin viele Paradoxen entstehen und es gibt die Reden unterbrochene Reden also zum Beispiel Anfang dieses Buch das Rede vom Genieße und dann wir treffen ein Vers gegen ein Vers ein Dialog eine Diskussion und dann wir müssen jeder Vers entschlossen zu wem gehört dieser Satz dann ist es noch komplizierter aber natürlich 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 dass dieser Teil um genießen die Welt ist sehr sehr jüdisch sehr sehr jüdisch ja dass die Talmud verpflichtet uns verpflichtet uns genießen diese Welt und deswegen wir segnen vor essen und nach essen nicht nur essen noch viele unterschiedliche Phänomene wir segnen mit Gottes Namen ja also wir erkennen die unter dem Himmel und wir dort genießen es widerspricht nicht die Idee von unserer Welt es ist nicht leider in dieser Welt um nächste Welt vielleicht genießen ja das kennen wir die jihadistische Ideologie ja muss man leider in dieser Welt sich umbringen anderen umbringen und dann genießen vielleicht wir sagen ganz umgekehrt dass trotzdem die Schwierigkeiten in dieser Welt wir doch genießen in dieser Welt und noch wir genießen vom koscher Dingen nicht vom Drogen und so weiter es gibt genug koscher Dinge umgenießen Talmud sagt jede Menge jede Dinge die trägt in sich unkoschere Genuss Maß gegen Maß Gott hat geschuft auch gleichwertige koschere Genuss wenn wir reden über die Trinken Essen und Trinken haben heute koscher krebs es ist künstliche krebs fleische kennen sie und so weit und so vor gibt es ok schwarze ikra kawiar russische kawiar die beste dnk es ist ein koscher gibt es koscher schwarze kawiar es ist künstliche ich sage euch kein Unterschied zum Geschmack der gleiche geruch gleiche Geschmack 100% und so weit und so vor also muss man nicht leben sich in die Hölle wie christliche Mönche ja Brot essen und Wasser trinken um Gott zu befrieden überhaupt nicht überhaupt nicht die Gott befrieden von uns wenn wir nutzen seine Welt zum gut besser normal essen nicht im Schöne Haus mit Frau Mann und Kinder und so weiter und so fort und das ist auch Genuss für uns und auch für Gott er hat geschuft und seine geschuft benutzen diese Welt denken sie dass sie haben etwas vorbereitet für ihre Kinder und sie haben das überhaupt nicht aufgesehen und nicht genutzt nur schade ich habe so bemühen und null das ist die Idee wir sind die Kinder der Gott er hat für uns vorbereitet etwas wir müssen das nutzen und Danke sagen und alles zusammen bringt uns zum Genuss aus geistlichem Genuss auch physischem Genuss es ist keine böse Dinge um physisch Genuss wer sagt dass nur der geistliche Genuss das ist das beste überhaupt nichts wir vermeiden uns nicht von physischem Genuss absichtlich ich habe schon gesagt mehrmals die jüdische Welt ist eine goldene Mitte goldene Mitte also nicht absolutisieren den Genuss und nicht vermeiden sich von dem Genuss ich möchte sagen das ist für mich auch die ganzen Gedanken die alle Gedanken war sehr interessant und ich habe das niemals so gelesen und niemals gehört obwohl ich schon mehrere Prediger gehört habe, aber das war für mich auch sehr interessant. Und ich finde schon, dass es so viele Perlen gibt es schon in jedem Buch. Ja, ja, dieses Buch gibt es viele Perlen. Die Michele, Früche Salomons, sind ein größeres Buch, 32 Kapitän, ich denke. Aber dort ist es so schwer und dort stehen die einzelnen Versen. also fast keine Vers nicht verbunden zum anderen und dann ist es schwer wenn wir haben vier Ideen vier Händen und dann gibt es gewisse Prozesse Diskussion und dann gibt es einzelne Verse diesen Satz zum Weisen zum Bemühenden verstehen Sie also deswegen das Buch ist kürzer und hat wie gesagt vier Wege vier Ideologien, vier Glauben und deswegen in diesem Buch gibt es viele viele Perlen ich habe schon gesagt, gibt es viele Sprichworte im jüdisch-hebräisch Sprache und Kultur wir reden im nächsten Unterricht über die Bemühende also er spricht über das Gelde um satt vom Geld sein das ist die Sprichworte im jüdische Kultur ja satt vom Geld sein das ist eine Idee so meine lieben Leute wieder ich habe nur 30% von meinem Unterricht könnte sagen aber okay wir gehen weiter nächste Woche danke danke für eure Zeit und ich würde bitte denken Sie über unseren Termin unser physisches Treffen am Herbst nach Gott nach und bitte wieder über die Korrektur bitte 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 genau okay gut vielen Dank also ein bisschen rosa Farbe auf die Brille das ist nicht das ist keine Sünde ja das ist keine Sünde es ist morgen also ein bisschen Optimismus ein bisschen das Glas ist halb voll ein bisschen ja so okay danke verabschieden uns danke und gerne Schönen Abend Schönen Abend an Schönen Abend Schönen Abend an schönen Abend schönen Abend schönen Abend schönen Abend